Na dann, willkommen wieder hier bei Feed the Beast. Heute leider wieder alleine und unser Mais ist gewachsen. Kabumm. Kann man daraus jetzt eigentlich Popcorn? Zu laut. Besser. Cop-O-Corn. Durften sie Popcorn nicht verwenden. Okay. Das gibt Papier. Zumindest zwei. Kurz um sechs Papier für uns. Angenehm. Schmeißen wir gleich mal hier rein und die zwei pflanzen wir dann. An. Und dann fangen wir mal an weiter zu forschen, ne? Lalalala. Schauen mal, ob sich irgendetwas findet. Offensichtlich nicht. Hm. Wir können auch mal ein bisschen Closter angucken. Oh und, wir haben eine. Okay, mehr ist nicht drin. Okay, das können wir auch nicht benutzen. Dann, äh, haben wir doch mal ein paar Seeds rein. Vielleicht, äh, gibt's da ja was. Nope. Also davon ist auch nichts dabei. Ich weiß ja nicht, äh. Schauen wir mal, ob Eisen irgendwie funktioniert. Nope. Auch nicht. Okay, äh. Ich nehme einfach mal hier das Zeug. Äh, äh. Äh, äh. Hm. Haben wir ja auch immer was von. Jetzt brauchen wir mehr Potenzia, verdammt. Haben wir irgendwo Potenzia drauf? Hallo. Potenzia. Ach, scheiße, alter. Da, wir haben hier ein Quarzkristaller. Ich überspringe, wenn man ganz kackend reißt. Und dann ist Ignis noch drauf. Heißt, wir brauchen irgendwas mit Ignis. Haben wir hier irgendwas mit Ignis? Außer vielleicht das gebratene Zeug. Oder Feuerschads. Weil Feuerschads würde ich ungern verbrauchen. Okay, schmeißen wir etwas Fleisch rein. Und Nitor. Was zur Hölle ist Nitor? Ah, das ist also quasi so eine Art, äh, Lichtquelle. Nett. Okay. Und dann, äh, machen wir mal weiter mit dem. Brauchen wir hier ein bisschen Cobblestone. Oder ein bisschen verhautetes Fleisch. Ein bisschen Glestone. Noch mehr Cobblestone. Nein, okay. Äh, da brauchen wir was für Neftiges. So, rein da und Nichts. Okay. Von dem Xichorium-Shit haben wir immer noch was. Hm. Okay, war auch nichts dabei. Vielleicht droht das Xichorium. Auch nicht. Okay. Schwarzes. Okay. Hm. Ich glaube zwar nicht, dass wir damit jetzt unbedingt was finden. Auch nicht. Okay. Hm. Knochen haben wir noch ein paar. Dann schmeißen wir doch mal ein paar Knochen da einfach ein. Okay. Machen wir Siets. Vielleicht finden wir irgendwas. Jetzt wäre mit Siets. Und wir haben schon eine unbekannte Theorie, für die wir auf jeden Fall schon mal hier, äh, Permutatio brauchen. Kurzum. Lachs. Und wir haben immer noch kein, noch nicht genug. Ja, leckt mich doch am Arsch. Kurzum. Scheiß reden. Ist zu laut. Oder auch nicht so laut. Aber es wäre einfach nicht. Knochen können wir ein bisschen zusammenfahren. So, ja, das reicht hoffentlich auch schon. Okay. Und dann. Okay, das ist leider nichts. Das auch. Da steht auch leider noch nichts drin von dem Bewegen, was wir brauchen könnten. Einfach immer mal Eisen probieren. Wir haben Iron Transmutation gefunden. Das bedeutet, wir können jetzt aus zwei Metallungen zwei Eisen herstellen. Das heißt, warte, 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 warte. Aus zwei Metallungen, zwei Eisen, ist das? Nein, wir machen uns diesen Verlust. Das wäre auch zu witzig gewesen. Ähm, okay. Ähm, was schmeißen wir jetzt rein? Also, einfach weiter probieren. Immer mal mit Pantazio rumprobieren. Ach, komm schon. Jetzt müssen wir schon wieder Samen sammeln gehen. Jetzt sind das das denn. Wim ist Pantazio. Oh, das Feuer. Wim ist drauf. Ist ja schön. Sympathisch. Ist da noch den Gelben drauf? Ah. Komm, ist drauf. Rosen mit die Egnis. Ist das Spiel, wer will. Nicht jedenfalls nicht. Okay. Wollen wir mal, ob das reicht. So, wir müssen wissen jetzt, dass es sich wirklich um Pantazio handelt. Das reicht natürlich nicht. Das reicht natürlich nicht. Ich hätte jedenfalls nicht erwartet, dass es reicht. Alter, dieses Samengefahren hier war früher auch mal leichter. Wisst ihr, was ich jetzt glaube, dass ich jetzt was mache. Ich schnippe mir hier unsere schönen Hake. Ich schnippe mir von drinnen ein bisschen Knochenmehl. Und jetzt sieht es auf den anderen Wegen. Ich hatte hier doch noch die Knochenbebau. So, das ist doch viel vernünftiger. Ach, fick dich doch. Ganz im Ernst. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe gerade im Moment dabei. Das ist blöd. Ach, geht doch. Da ist nichts von dabei. Vielleicht vielleicht Licht. Ja. Ja. Dann könnte es natürlich wie immer sein, dass wir Eisen brauchen. Was für ein Wunder. Die Silbertransmutation. Sehr schön. Das war es nicht. Natürlich ist es ein Pantazio. Wer hätte es gedacht. Halt. Wunderschön ins Bier rein. Ja, davon ist ja nichts. Das war es nicht. Eignis ist es diesmal auch nicht. Verstaunlich. Könnte es hier von mir irgendwas sein. Auch nicht. Okay. Davon ist es nichts. Davon. Auch nicht. Davon ist rechtlich. Und davon auch nicht. Ähm. Wir können mal ein bisschen Redstone einfach pro Behalter reinschließen. Ist es auch nicht. Okay. Dann. Stellt sich jetzt nur die Frage. Was könnte es anderes sein? Vielleicht kriegen wir das für diesen edlen Zeug. Nö, mal das, wovon ich am Eisen hab. Nope. Gut. Ähm. Das ist jetzt. Oh nein. Schmerzwerfer. Komm mal rein. Gut. Das ist nicht. Das ist schön. Ähm. Haha. Gerne? Nein, natürlich nicht. Ich hätte das jetzt auch persönlich wirklich nicht damit gerechnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Nein, davon ist auch beides nichts. Das ist alles gut. Ich weiß gar nicht. Nein. Das ist gemein. Nein. Allerdings muss ich dort auch die Indekte mit einem Moment. Oh nein. Fass mich nicht. Ich war doch nicht. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020